Nun, das könnt ihr immer. Wann klemmt das? Wann ist das in der Vorstellung mal passiert? Was sagst du? Oh, und dann weiß ich, wenn ich in der Gasse stehe, gleich auch klemmt das und dann mache ich ein ganz lautes Geräusch. Was machst du denn da? Ich mache zum Beispiel, ich mache das, mache ich so, so mache ich das. Und dann, wir üben das mal, ich mache das und du musst so tun, als ob das aus deiner Pistole herauskommt. Okay, warte. Du sagst, oh, wann du merkst, das klemmt. Oh, das klemmt. Na, bloß, oh, das recht, sonst merkt doch das Publikum, dass das nicht der richtige Schuss ist. Du sagst bloß, oh. Ich merke jetzt, dass das klemmt. Oh, nein, ich habe doch noch gar nicht das Ding hier, das muss doch zurückgezogen werden. Aber das kann ich doch nicht sehen, ja. Aber ich kann es nicht zurückziehen, wenn es klemmt. Du ziehst das nicht zurück, ja. Du sagst bloß, oh, und dann richtest du deine Waffen auf den, wo du erschießen musst. Okay, also ich merke jetzt, dass es klemmt. Oh. Schau. Moment mal, ja. Jetzt hast du dich selbst erschossen. Ach, das ist, du bist so ergreifst. Problem gelöst, ja. Das hat Spaß gemacht.